In diesem Video geht es um die besten Pollenschutzgitter. Der Qualitätssieger in unserem Pollenschutzgitter-Test geht an das Hoberg Pollenschutzgitter. Das Pollenschutzgitter hat eine Maschenweite von ca. 25 Mikrometer und eignet sich damit sowohl als zuverlässiger Schutz gegen diverse Pollen als auch als Moskitonetz. So ist auch das Lüften in der Allergiezeit für Betroffene kein Problem mehr. Das Moskitonetz eignet sich für alle Fenster mit einer Größe bis ca. 150 x 130 cm. Einfach das Fenster ausmessen, das Netz individuell zuschneiden und anpassen und anschließend mit den beiliegenden Magneten befestigen. Die Anbringung des Fensterfliegengitters ist leicht und funktioniert einfach mit 16 Magneten. Dazu wird das Netz in die zwischen die Magnetbefestigungen geklemmt und flexibel im Fensterrahmen platziert ganz ohne Bohren und Schrauben. Das anthrazitfarbene Material ist luftdurchlässig und halbtransparent. So muss man mit dem Pollenschutzgitter nicht auf den schönen Ausblick nach draußen verzichten um sich und seine Familie vor verschiedenen Pollen zu schützen. Mit dem Hobergfliegengitter lassen Fenster auch weiterhin problemlos öffnen und schließen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Tesa Pollenschutzgitter. Tesa Pollenschutzgitter gut für Allergiker. Mit dem Anbruch des Frühlings beginnt für Pollenallergiker eine schwere Zeit. Heuschnupfen und andere Beschwerden zwingen Betroffene oftmals dazu, die eigenen vier Wände so wenig wie möglich zu verlassen. Damit sie zumindest dort davon verschont bleiben, hat Tesa dieses Pollenschutzgitter entwickelt. Das feine Pollenschutzgewebe hält mindestens 98% der Birken-, Gräser- und Ambrosia-Pollen draußen und lässt frische Luft hinein. Das transparente Gewebe bietet gute Durchsicht. Montiert wird das Pollengitter einfach und schnell ohne zusätzliches Werkzeug mit einem selbstklebenden Klettband ganz ohne Bohren. Das Klettband verfügt über besonders stabile Pfeilkopfhaken für zuverlässigen Halt auch bei Wind und Wetter. Wichtig! Das Fenster kann auch weiterhin wie gewohnt geöffnet und geschlossen werden. Der zuschneidbare Schutz ist für nach innen öffnende Fenster geeignet. Mit geringem Aufwand entsteht so großer Nutzen für alle, denen Pollen schaden. Nicht nutzbar für Fenster mit Wetterschenkel, Regenabweiser oder flächenbündige Fenster. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Pollenschutzgitter-Test ist das Schellenberg-Insekt-Stop. Das Schellenberg-Fliegengitter für Dachfenster schützt Ihr Zuhause auch in der obersten Etage vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Durch den integrierten Reißverschluss ist es möglich, durch das Fliegengitter hindurchzugreifen und das Dachfenster weiterhin zu öffnen oder zu schließen. Das Fliegengitter ist speziell für Dachfenster entwickelt und ohne großen Aufwand von innen in der Fensterlaibung montiert. Es lässt sich jederzeit wieder abnehmen und ist somit auch für Mietwohnungen geeignet. Benötigen Sie eine kleinere Größe als 150 x 180 cm, lässt sich das Gewebe problemlos zuschneiden. Das benötigte Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Das Fliegengittergewebe aus Polyester ist UV-stabilisiert und bei Verschmutzung waschbar bis 30 Grad. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.